Wir sind ganz weit führend von der Reputation unserer ärztlichen Mitarbeiter. Jeder dieser Operateure ist ein national und international anerkannter Experte auf seinem Gebiet. Wir sind hoch spezialisiert in den Bereichen der Behandlung von orthopädisch-unfallchirurgischen Krankheitsbildern und der rekonstruiven Gelenkchirurgie. Für uns ist es selbstverständlich, dass alle unsere diagnostischen und therapeutischen Apparaturen auf dem neuesten Stand sind. Das ist der entscheidende Grund für uns gewesen, warum wir uns für SAP entschieden haben. Wir setzen die Produkte der Firma SAP im Bereich BI Healthcare ein, aber natürlich auch SAP Electronical Medical Records. Durch unseren Partner, die Firma PlanEug, war die Implementierungsphase sehr kurz. SAP EMR ist die Schnittstelle zu unseren Backend-Systemen von unserem KISS, von dem Orbis, von unserem Arzt-Informationssystem Medistar und von unserem PAX von Stark Medical. Sie sammelt dort die Daten und stellt es in dieser App bereit. SAP EMR ist die logische Konsequenz. Wir archivieren Bilddaten, CT, MRT-Daten seit Jahren elektronisch und haben jetzt die Möglichkeit, auf diese permanent mobil zuzugreifen. SAP Electronic Medical Records begleitet uns im gesamten klinischen Ablauf. Das fängt an bei der Diagnostik. Das geht weiter über die Operationsplanung, aber es geht auch weiter über das Patientenmanagement nach einer Operation. Und selbst nachdem der Patient uns verlassen hat, wird diese Akte für ihn immer weitergeführt. Wir verwenden SAP EMR insbesondere auch in dem Bereich der Nacht- und Hintergrunddienste. So können patientenbezogene Daten mobil abgerufen werden, letztlich auch von zu Hause abgerufen werden. Und das erhöht sicher die Qualität der Behandlung. Die mobile Abrufbarkeit digitaler Bildarchive bringt in erster Linie Zeit. Zeit, die wir den Patienten wiedergeben können. Wir haben gemerkt, dass wir die medizinische Versorgung für unsere Patienten einfach noch optimieren können. Wir bearbeiten ein Fach, das viel von Bildern lebt. Wenn man sich überlegt, dass man früher mit so einem halbdunklen Röntgenbild an das Patientenbett getreten ist und heute mit so einer schicken Applikation etwas zeigen kann, dann wird das selbstverständlich ganz anders und passt auch wesentlich besser in unseren Gesamtkontext. SAP helps Arcus Clinic run better. SAP